Ey, ich habe eine Idee. Weißt du, was du nachbauen könntest? Was? Kennst du den GTA 5 Strip Club? Nee. Okay. Okay? Nee, ähm, wo kommt die Bühne hin? Da. Hast du gerade dein Kopf gegen das Mikro gedroschen? Nee, ich habe meine Nase gebrochen. Okay. Ähm, hier kommt die Bühne hin? Ja. Aber dann hier so, oder? Ja. Geil. Und hier überall strippen der Boote. Also du machst Boote an eine Stange? Genau. Hast du einen Bootfetisch?